Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und Willkommen am Tele-Stammtisch zur Besprechung von Ein Ganzes Leben. Und ich bin ein ganzer Stu und heute dabei ist eine ganze Schlocke, hallo. Ja, ich bin nicht nur ganz, ich bin auch lebendig, also passen wir perfekt zum Titel. Wow, also grandios. Ja, Ein Ganzes Leben ist eine Literaturverfilmung eines Romans von Robert Seethaler und der Roman ist damals, als er rausgekommen ist, das muss so 2014 gewesen sein, ist der Roman international durch die Decke gegangen. Hast du den Roman gelesen? Ja, und zwar, ich war im Kino und habe gesehen, dass da ein Plakating von Ein Ganzes Leben, dass der Film bald ins Kino kommt und da dachte ich, ja mei, da gibt es doch ein Buch dazu, das muss ich dringend lesen. Das heißt, ich habe, weil es den Film gibt, ganz schnell das Buch gelesen und mir dann, also alles innerhalb einer Woche, Filmposter, Buch gelesen, Film angeguckt. So ist meine Erfahrung dazu. Also dann vielen Dank, auch im Namen des Hansa Verlags. Das Buch ist aber auch wirklich sehr kurz und knackig, das hat irgendwie so 150 Seiten, also unter 20 Seiten auf jeden Fall, das kann man sehr schnell lesen. Okay, das überrascht mich jetzt, weil der Titel suggeriert das schon, es geht um ein ganzes Leben und ich hätte nicht gedacht, dass man ein ganzes Leben in 150 Seiten packen kann, aber gut. Das passt aber zum, genau, das passt zum Film, da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil es ja aus der Sicht des Protagonisten von, wie heißt er denn, Egger, Andreas Egger erzählt ist und der ist ein recht kurz angebundener, trockener, anpackender Typ und so funktioniert auch das Buch. Und deswegen ist es in aller Kürze, konnte es sich so in aller Kürze darstellen. Der Film wurde inszeniert von Heinz Steinbichler und ist, ich würde sagen, im ganz Groben gesagt, nicht nur die Geschichte eines Lebens, sondern genremäßig auch, ja, ein Heimatfilm. Und das meine ich jetzt nicht despektiertig oder abwertend, für mich ist das ein Heimatfilm. Ja, das passt auch gut. Also der Film spielt ja in, wo spielt er nochmal genau, in welchem, ins Tirol? Nee. Im Allgäu, meine ich. Im Allgäu, auf jeden Fall spielt er in den Bergen. Das trifft mich ja schon mal, denn ich komme ja aus dem Schwarzwald. Und es war schon beim Lesen des Buches, dachte ich schon, ich freue mich total, das im Kino zu sehen. Ich hatte richtig Bock, diese beiden Medien und die Vorteile, die das Medium Buch hat, nämlich diese viele Inneneinsichten, viele Gedanken versus das Medium Film, dass man einfach bildgewaltig das zeigen kann. Ich habe mich so gefreut, diese ganzen Bilder auf der Leinwand zu sehen. Ja, ich kann so viel sagen, die Bilder, Kameramann war Armin Franzen, sind auch recht ordentlich. Ja, ich war auch sehr zufrieden. Hat mir genau das gegeben, was ich wollte. Ich bin ja kein Bergtyp, ich bin ja mehr der Typ Strand, weil warum soll ich auf den Berg kraxeln? Das bringt mir ja nichts, außer Anstrengung. Und dann falle ich runter und tue mir weh. Dann lieber zum Strand und mich vom Feuerquallen piesacken lassen und ertrinken. Das ist mehr meine Welt. Aber ich muss wirklich sagen, also die Panoramen, die da gezeigt werden, sind wirklich episch, sehr groß. Wobei der Film an sich ja eigentlich eine, ja, ohne es böse zu meinen, sehr einfache Geschichte erzählt. Denn das Leben von diesem Andreas Egger, er wird hier immer nur Egger genannt, ist schon sehr bewegt. Er bewegt, aber wie gesagt, auch einfach. Es ist eine einfache Figur und vor allem ist es eine Figur, die viel erleiden muss in ihrem Leben. Das fängt ja schon damit an, dass er als Kind zu einem Bauern gebracht wird, der jetzt auch keine große Lust auf den Jungen hat. Der den Jungen auch sehr hart angeht und auch schlägt und missbraucht. Also jetzt nicht sexuell, aber zumindest psychisch und psychisch ihm ordentlich einiges anmutet. Aber dieser Egger kämpft halt immer weiter und weiter. Er gibt halt nicht auf. Und ich finde, dass er als Figur für mich deswegen auch sehr interessant war, weil ich mir immer dachte, Gott, wie viel kann ein Mensch eigentlich ertragen? Weil ich glaube, ich hätte schon noch drei Minuten Film gesagt als Figur, okay, ich bin ja raus. Ja, aber das passt einfach zu ihm. Das ist der Charakter und der wird durch alles, was wir hier sehen, irgendwie unterstrichen und betont und zeigt, wie er funktioniert. Und der Film ist ja auch in der Hinsicht fast schon ein bisschen perfide, weil er ihm ja immer wieder auch Momente des Glücks gibt. Also er hat als Kind diese Arnie, gespielt von Marianne Segebrecht, die so ein bisschen seine Ziehmutter wird, die aber halt recht alt ist. Und da ist auch relativ klar, die wird es auch nicht mehr lange machen. Und wie gesagt, die stirbt dann auch eines Tages. Dann findet er seine große Liebe. Auch das endet, da will ich nicht zu weit vorgreifen, aber auch das hat so ein paar tragische Komponenten. Und um ihn herum herrscht auch immer so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Schwermut. Und es gibt eine Szene, in der sich ein Freund von ihm auf eine, wie ich, und das klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber interessante, wie kreative Art das Leben nimmt. Und im Vorfeld hatten sie ein Gespräch darüber, dass das Leben, was sie führen, im Prinzip ja eigentlich ziemlich scheiße ist. Und das fand ich eine sehr bewegende Szene. Also ich möchte jetzt hier nicht Selbstmord gut heißen, aber ich finde, dass der Film es sehr gut mir zeigt, warum sich diese Leute dafür entscheiden, ihrem Leben ein Ende zu setzen, weil sie das Gefühl haben, sie wollen hier gar nicht Teil dieses Systems, dieses Art des Lebens sein. Meinst du den im kalten Wald, im Schnee? Okay, ja, okay. Also den und dann halt eben die Badewanne. Okay, die Badewanne ist das, ich weiß nicht, ob das absichtlich passiert ist, aber es war auf jeden Fall auch, man hat, man versteht die Charaktere und die Situation schon. Es passt ja auch zu der Zeit, denn er spielt ja Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir kriegen also alle typischen Wendungen mit, auch das Dritte Reich, auch wenn hier wirklich kein großer Fokus drauf gelegt wird. Wir sehen es eigentlich aus der Sicht von Edgar in seinem kleinen Dorf, in seinem einfachen Leben und wie dann da das Dritte Reich einfach auch aufploppt, auch ohne großen Zusammenhang, wie er da auch reingesogen wird, teilweise oder eben auch nicht. Und das war schon alles sehr, dieses einfache, trockene, das war schon sehr gut dargestellt. Und was auch zu Edgar passt und seinem tragischen Leben, er passt ja auch nie rein. Er macht sein Ding und er ist immer bei sich. Er ist so, er nimmt nicht groß teil am Leben und selbst wenn er es macht, wirkt er immer so, als ob er eigentlich eher sein Leben für sich lebt. Und das ist auch gar nicht kritisch gemeint oder dass man das irgendwie anders machen sollte, sondern das ist eben sein Charakter. Und das fand ich ganz toll im Buch natürlich und im Film dann auch dargestellt. Aber da stellt sich für mich die Frage, für mich ist, also aus meiner Perspektive war das ja nicht alternativlos. Also er wurde ja ein bisschen auch dazu gedrängt, weil wir lernen ihn ja kennen, wie er direkt zu diesem Bauern kommt. Und es wird ja auch so ein bisschen auch angehört, dass selbst er nicht mehr weiß, woher er eigentlich kommt. Und seitdem er quasi denken kann, wird er halt drangsaliert, wird für Arbeiten missbraucht, sag ich mal, bekommt halt die harte Rute zu spüren. Ihm wird wirklich die ganze Zeit als Kind halt klargemacht, wir sind Bauern, du bist hier nicht erwünscht, du darfst nicht bei unserem Essenstisch sitzen, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Die einzige Frau, die ihm halt ein bisschen Unterstützung und Liebe bietet, ist halt diese Arnie, die bei denen dann auch irgendwann stirbt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich glaube, so wie dieser Egger ist, das hätte eben auch anders kommen können. Weil er wird schon ein bisschen dazu gedrängt, so zu werden. Weil was hat er denn für eine Alternative, wenn du dir mal anguckst, wie seine Jugend war oder seine Kindheit? Okay, da muss ich dir natürlich recht geben. Das spricht ja auch in die Theorie rein, dass vor allem die ersten drei Lebensjahre, ich meine, er ist älter, als er da ankommt, auch beeinflussen, wie dein Vertrauen in Beziehungen funktioniert. Und er wird da ja, wie du schon angedeutet hast, er wird ja auch ausgegrenzt, der Bauer, wo er kommt, hat ja selbst auch Kinder. Aber die sitzen am Esstisch und Egger muss alleine auf einem anderen Tisch sitzen. Also im Buch wird schon ein bisschen mehr gesagt, dass er das auch nicht möchte, also sich auch wohlfühlt in dieser Rolle. Aber ich glaube schon, dass du da durchaus einen Punkt hast, jetzt neudeutsch, dass es vielleicht auch anders hätte kommen können, wenn er mit einer sicheren Basis hätte aufwachsen dürfen. Was du gesagt hast, dass er es so aufploppt, das stimmt ja wirklich. Also und das zeigt mir halt nochmal, wie konsequent dieser Film aus seiner Perspektive inszeniert worden ist. Das merkt man auch dadurch, als Soldaten gesucht werden, will er ja unbedingt in den Krieg. Nicht, weil er sagt, wow, cool, Nazis, finde ich toll, ich arbeite gerne für die Brauen, sondern weil er irgendwie diesen Hof weg will. Und der Bauer schafft es ja, dass die ihn nicht einziehen und seine Enttäuschung und sie, weil ich konnte es so nachvollziehen, weil ich zum einen dachte, ey, ganz ehrlich, du kannst eigentlich froh sein, dass du durch den Krieg musst. Also er muss ja später dann doch. Aber auf der anderen Seite, boah, ich kann es verstehen, warum du es willst. Also das erste Mal, als der Bauer ihn hinschickt, war es ja noch der Erste Weltkrieg. Der Erste, ja genau. Genau. Und da darf er dann nicht. Und es ist ja auch so, dass er durch einen Unfall, wir nennen es mal Unfall, auch hinkt. Und dadurch wird er auch ausgemustert sozusagen. Ja. Also Unfall, es ist eine Misshandlung. Genau, dadurch passiert das. Und dann im Zweiten Weltkrieg wird er ja eingezogen. Und es hat mir auch gefallen, dass der Film mit ganz wenig Aufwand und ganz wenig Zeit, die er dafür nutzt, relativ klar zu machen, was er dadurch leidet. Und auch da ist er ja schon in so einer Phase seines Lebens, wo ich das Gefühl habe, eh, dem Mann ist halt Leid oder das eigene Leiden irgendwie, das ist für den halt alltäglich. Also der ist fast schon eine Art Mensch, der es besser findet zu leiden, als das Glück anzunehmen. Ja, also ich weiß nicht, ob er es besser findet, aber er hat auf jeden Fall, er hält wahnsinnig viel aus. Und er denkt da auch, ich weiß nicht, ob er da viel drüber nachdenkt. Er denkt halt, so ist das Leben und das ist, ich weiß es nicht. Ich weiß genau, was du sagen möchtest, aber ich weiß nicht, ob er prinzipiell sich dem anderen verschließt oder ob es ihm auch seine Erziehung, warum auch immer, Charakter einfach auch schwerfällt anzunehmen, dass es auch gut sein kann im Leben. Und dass er dann, wenn er das eben das Gute nicht hat, danach so streben würde. Aber dann das, was du gesagt hast, eben sagt, okay, es muss nicht gut sein und es ist auch, okay, ich brauche kein geiles Leben, was weiß ich. Vielleicht sitze ich einfach hier in einer dunklen Höhle und das ist mein Leben und das halte ich jetzt aus und ich habe keinen Streben danach, das irgendwie zu ändern. Ein Kritikpunkt zu dem, was du gesagt hast, dass der Krieg so kurz dargestellt wird, das fand ich tatsächlich nicht so gut. Ich fand es gut, mit wie wenig Mitteln das gezeigt wird, aber es ist im Buch einfach ein viel größerer Teil. Also der Teil im Krieg ist so groß wie ein wichtiger Lebensabschnitt, den wir davor in seinem Leben kennengelernt haben, den ich jetzt aus Spoilergründen nicht weiter ausführen möchte. Und da wird dieses russische Gefangenenlager natürlich sehr viel mehr ausgeführt. Auch welche Leute er da kennenlernt und was mit denen passiert. Und das haben wir in dem Film hier gar nicht. Das ist aber auch, wie gesagt, glaube ich, gar nicht schlimm, vor allem, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Das war nur für mich, da war ich einfach überrascht. Ich dachte, oh, das wurde aber jetzt kurz abgehandelt. Er wird ja von drei Figuren, also der Eckers von drei Leuten gespielt. Einmal als Kind, einmal als Erwachsener, also Stefan Gorski. Und dann so die letzten 20 Minuten, würde ich sagen, darf ihn nochmal August Zirner spielen. Und alle drei machen das hervorragend. Ich muss aber sagen, ich bin ja ein durchaus emotionaler Mensch. Ja, ich stehe dazu. Und der Film hat mich wirklich ein paar Mal emotional wirklich, ich sage es mal ganz profan, an den Eiern gehabt, wirklich. Der hat mich diese zwei Stunden, die er geht, wirklich gut durchgeschüttelt, was ich in Anführungszeichen sehr genossen habe. Aber er schafft es halt immer, dann wirklich richtig großartig zu sein, wenn er so im Stillen so die Melancholie und diesen Schmerz, den der Egger ja schon in sich trägt, so zeigt. Wenn er zum Beispiel als alterer Mann irgendwie so allein und verlassen in diesem Tal halt steht, was er halt quasi von klein auf kennt und was mittlerweile zu einer Touristenhochburg geworden ist. Und er hat ja mitgeholfen. Er hat ja mitgeholfen, diese Seilbahn zu bauen, die er dieses Tal mit erschlossen hat. Und dann steht er da und wird halt irgendwie auch angeguckt, als ob es halt so der Freak ist, so der komische Alte, der nicht mehr hier reinpasst. Und es tat mir so leid, weil ich jemals das Gefühl hatte, in der gesamten Filmhandlung hat er von den zwei Stunden, vielleicht 15 Minuten, wo ich das Gefühl hatte, er ist gerade angekommen, er ist gerade glücklich, er hat so ein Heim für sich gefunden, aber nichts hält. Es ist so, als ob diese Figur fast schon dazu verdammt ist, einsam zu sein. Und er hat ja dann auch gegen Ende des Films nochmal die Chance, einen romantischen Kontakt zu knüpfen, aber auch dazu scheint er ja nicht fähig zu sein, nur das will er ja gar nicht. Und das tat mir in der Seele weh, muss ich sagen. Ich fand es schön und ich fand es auch ehrlich vom Film, aber es tat mir auch irgendwie in der Seele weh und sowas mag ich ja. Ja, also ich weiß, was du meinst, aber da ist auch dieses, dass man drüber sprechen kann, dass ihm diese Einsamkeit vielleicht gefällt. Also muss man jetzt darüber diskutieren, kommt die intrinsisch oder wurde die ihm anerzogen, was natürlich dann Tragik mit sich bringt oder gefällt es ihm, da in den Bergen zu sein? Das gibt ihm ja auch total viel. Es muss ja nicht jeder seine Erfüllung in romantischen Beziehungen finden oder in Zwischenmenschlichkeit. Wobei, ich weiß nicht, wie krass, ich dachte eigentlich, dem Mensch ist es schon ein Grundbedürfnis, sozial zu sein. Aber den möchte ich ja gar nicht absprechen und das hatte ich das Gefühl, was auch im Buch rauskam, dass der Egger einfach gerne alleine ist. Ob das jetzt daraus kommt, dass er eben gemobbt wurde und sich dem verschließen möchte? Ja, aber auf jeden Fall, was du sagst, wir haben dieses Dorf, in dem er groß wird. Er hilft, die Seilbahn aufzubauen. Er hat keinen Streben nach irgendeinem höheren Ziel. Er lebt vor sich hin, lebt im Moment, ist glücklich und sieht so, wie sein Dorf zu so einer Touristenhochburg wird, wie er immer mehr aus der Zeit fällt und immer mehr und mehr Außenseiter wird und sich mit dieser Rolle anfreundet. Und das ist natürlich, da kann man schon mit leiden. Obwohl ich eben hinterfragen möchte, ob ihn selbst das auch so stören würde. Also aus meiner Warte her, aus meiner Perspektive her, habe ich so verstanden, dass er schon mit der Einsamkeit zurechtkommt. Aber wie gesagt, schon auch vielleicht ein bisschen drunter leidet, aber halt das schon so lange macht, Dekaden der Einsamkeit nenne ich es mal, dass er vielleicht nicht anders kennt und nicht mehr für andere Sachen fähig ist. So habe ich es aufgefallen. Das wäre ja sehr traurig, weil das heißt ja, dass dadurch, dass du nie Glück erlebt hast, vermisst du es auch nicht. Oh, da müssen wir gerade weinen, wenn wir darüber sprechen. Es gibt übrigens noch einen Moment, den ich ganz, ganz großartig finde. Da würde ich sogar so weit gehen, in welchen Auflistung machen würde, der zehn Filmmomente des Kinojahres 2023, könnte der Moment wirklich drin sein. Das ist ein ganz, ganz kleiner. Ich mache hier mal eine dezente Spoilerwarnung. Es ist jetzt nichts Großes, aber wir sehen einmal, dass der Andreas Egger, wenn er so Anfang 20 ist, einen alten Mann in den Bergen findet und den ins Dorf bringen möchte. Und dann der alte Mann ihm aber abhanden kommt und wegläuft. Und der Mann redet halt irgendwas vom Sterben. Und dann 40 Jahre später, oder noch länger her, wird dieser Mann dann tot natürlich gefunden, nämlich als Eismumie. Und dann sieht der Egger diese Eismumie in der Kirche aufgebahrt. Und wenn er dann in diese Kirche reinkommt und diese Mumie da sieht, dann hat er so ganz kurz so ein Lächeln auf den Lippen, als ob er wirklich so einen alten Freund wieder sieht. Das fand ich mal eine hervorragende Szene, die so viel mehr über diesen Egger nonverbal aussagt, als alles andere, was wir hier gerade versuchen, irgendwie klar zu machen. Ja, was du auch sagst, diese Szene, wie er den runtertragen wird, so fängt tatsächlich das Buch an. Also daran merkt man auch, wie wichtig diese Konstellation und die Szene für den Autoren selbst auch war. Und dieses Lächeln war für mich auch nicht unbedingt ein alter Freund, sondern auch diese Freude von wegen, du hast das geschafft, was du wolltest. Irgendwas, ich verstehe, was dein Ansatz war und es freut mich für dich, dass du diese Erfüllung gefunden hast, so ein bisschen. Also es ist ein wirklich starker Film, muss ich sagen. Wenn ich etwas zu beanstatten hätte, ich bin keiner, der so sehr auf Musik achtet beim Film. Hier bei Ein ganzes Leben muss ich aber sagen, dass mir die Musik da manchmal dann doch ein bisschen zu penetrant war. Gerade wenn es um Gefühle geht, gab es ein paar Momente, wo ich dachte, ja gut, jetzt müsst ihr es nicht hier akustisch noch überkleistern. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also das ist ja dann wiederum ganz okay. Glaub mir, es ist so. Okay. Was man auch noch sagen kann ist, der Egger spricht sehr wenig und der erste Satz, den er in seinem Leben vermeintlich im Film spricht, der ist auch der ist auch ziemlich gut. Also da kann man sich drauf freuen. Da war im Buch tatsächlich hatte jemand, der Mensch, der das vor mir ausgeliehen hatte, hatte sehr gut mit Bleistift an den Rand gekritzelt. Okay. Ja. Ich möchte ja nicht spoilern. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Es geht um eine, als er in Konfrontation mit dem Bauern geht, dann das erste Mal. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Sorry. Es ist aber schon ein bisschen her, dass wir den geguckt haben, den Film. Ich glaube, du sogar noch vor mir, ne? War das nicht so? Kann sein, ja. Genau, es ist ein bisschen her, das heißt, du erinnerst dich nicht. Aber was mich auch interessiert, ich komme ja aus Süddeutschland, ich habe ja vorhin den Schwarzwald angesprochen. Versteht man denn den Dialekt und was der Bauer widerspricht oder die Leute aus dem Dorf, wenn man aus dem Raum Köln kommt? Versteht man das gut? Ich arbeite ja beim Teleschoptisch auch viel mit Kollegen, Kolleginnen aus Süddeutschland und Österreich, von daher habe ich da vielleicht einfach eine gewisse... Du bist trainiert. Du bist trainiert, genau. Aber ich hatte auch bei uns nach der Vorführung auch nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwas nicht verstanden. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Okay, das ist ja gut. Und was ich auch noch hier aufgeschrieben habe, ist bei der Besatzung haben wir Robert Stadelober, Stadelober, Stadelober noch gar nicht erwähnt, von dessen Namen man ja kennt. Ich kenne ihn, glaube ich, aus Crazy von vor drei Millionen Jahren. Und in diesem Film dachte ich kurz, leck mich fett, ist der alt geworden. Aber er soll ja auch alt aussehen. Es kann doch nicht sein, dass sein Crazy-Kollege Tom Schilling mit Anfang 40 immer noch aussieht wie zwölf und Robert Stadelober sieht schon aus wie 60. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber er wurde da... Er soll da ja alt aussehen. Also es war ja absolut. Wenn man sich die anderen Fotos von ihm anguckt, sieht er auch noch aus wie zwölf. Also die Welt ist noch in Ordnung. Na, Gott sei Dank. Dann würde ich sagen, ich bin gerade so in mich gegangen, ich habe nichts mehr zum Film zu sagen, glaube ich. Außer, dass er mir sehr gut gefallen hat, dass ich ihn empfehlenswert finde und durchaus finde, dass man sich den ansehen sollte, wenn er dann ins Kino kommt. Das wäre mein Fazit. Und jetzt darfst du gerne noch. Ja, ich fand auch, auch für die Leute, die das Buch gelesen haben, ich fand den richtig toll umgesetzt. Es war in meinem Kopf, habe ich mir das genauso vorgestellt. Ich fand die super besetzt. Mir war, das habe ich noch gar nicht angemerkt, mir war der Schritt von jungem Schauspieler, also Stefan Gorski, der in den Hauptteil des Filmspiels zu altem Schauspieler, der kam mir ein bisschen zu abrupt. Da kam ich nicht ganz hinterher mental. Ich habe mich dann kurz nicht identifizieren können mit ihm. Aber nichtsdestotrotz ist der Film für mich auch richtig gut gelungen. So habe ich mir das vorgestellt, so habe ich es gewollt. Diese, was wir gesagt haben, diese Dramatik, diese Einsamkeit ist toll dargestellt. Dieses ganze Leben, was wir hier beobachten in seiner ganzen Trotz Einfachheit auch Extremsituationen, die wir hier verfolgen, das ist einfach sehr gut gelungen und mir hat er auch richtig gut gefallen. Es gibt nichts Schöneres, als mit dir einer Meinung zu sein. Das gefällt mir. Das macht mir ein bisschen Sorgen, gebe ich zu, aber es ist, wie es ist. Damit sind wir durch, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine total tolle Webseite www.tele-stammtisch.de Da findet ihr alle unsere Podcasts und könnt uns auch Kommentare hinterlassen, so auch wie bei dieser Besprechung. Mir bleibt nur noch eins übrig, nämlich zu sagen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Tschüss und Schlogger, jetzt die Autorin. Dankeschön. Ich darf am Ende ja immer Werbung machen. Schlogger ist mein Künstlername. Ich muss immer Werbung machen. Oh mein Gott. Zuckerbrot und Peitsche. Und zwar bin ich Autorin und Künstlerin, Comiczeichnerin und schreibe und zeichne Bücher über Kommunikation, Trennung, Streit und auch Star Wars zum Beispiel. Findet ihr alles auf meiner Website schlogger.de oder kauft es einfach direkt blind, warum auch nicht. im schloggershop.de oder Social Media unter dem Handel TheSchlogger auf Facebook, Instagram, X oder unter dem Handel Schlogger auf BlueSky. Mal gucken, ob das die neue Plattform wird. Weiß man ja nie. Ich probiere alles aus und so werde ich auch noch ganz viele Filme ausprobieren und hoffe, ihr seid dabei, wenn ich das nächste Mal mit Stu gerne oder auch mit jemand anderem für den Tele-Stammtisch einen Film besprechen werde. Wir hören uns. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.